Servus Leute, heute sind wir wieder hier, Kartoffelkommando und ein paar andere Kumpels von uns. Yay, Kartoffelkommando. Geil, ich mach Kartoffel. Die Brainless! Und, wer ist sonst noch da? Nils! Pokémon! Pokémon! Nils! Das ist ja echt auch noch! Nils! Ja, heute spielen wir Prop Hunt. Es wird ziemlich geil, also die einen drei verstecken sich. Hier seht ihr nochmal die Gruppen. Madothan und Pepirat gehören zu nicht massentauglich. Mich und Vildokin kennt ihr ja schon. Nico ist der Teil von Team Brainless und zu Getsu ist Nils. Und, äh, genau. Die drei unter Props verstecken sich jetzt und wir werden sie suchen und dann werden wir sie niedermurksen. Ja, ganz easy. Gönnt euch. Genau, wir sollten uns irgendwie mal trennen, das wäre wirklich mal was Schlaues. Nachdem man sich verkleidet hat, kann man sich nochmal verkleiden? Ja, kannst du. Ja. Beaver kann man nochmal taunten? F3. So, dann wollen wir mal die ganzen Kisten hier umknocken. Ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Versteck gefunden. Natürlich habe ich keinen gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob er sicher ist. Ne, da ist niemand. Warte mal. Irgendwo in einem Auto stecken sie wieder drin. Oh Mann, das Versteck ist so dreckig. Wahrscheinlich ist er in einem Auto drin, Jungs. Ihr dürfts nirgendwo reinglitschen übrigens, ne? Kann man aus Autos herausgeholt werden? Äh, man kann eine Granate in Autos reinwerfen. Oh Blacky, ich weiß schon, wo du dich verstecken wirst, weil du dieses ewig Mega Mighty Versteck irgendwann mal gefunden hast. Das wissen jetzt aber schon mehrere, das Versteck. Ich habe das einzig wahre Mega Mighty Verstecker. Oh, da habe ich den ersten Taunt gehört. Irgendwo in der Nähe von A. Aber Autos sind für Noobs. Ah ja! Mann! Einfach, einfach mal warm weg hier. Da stirbt der Erste. Stylisch, echt stylisch. Kann ich irgendwie auf Außenansicht von den anderen gehen? Hä? Ich muss dir meinen Kill beweisen. Ich kann jetzt die anderen Props sehen, aber das ist ja auch nicht so spannend. Ich würde gerne auf Außenansicht gehen. Ja klar, musst du halt ein bisschen umsuchen. Mit der Maus musst du das machen, äh, wegklicken oder so. Und vergesst, wechsel ich auch. Ich kann nur zwischen den beiden hin und her wechseln. Ah, jetzt leert hast du. Ne, ne, du kannst auch. Ja, ganz normal halt. Bis jetzt, bis jetzt sind die Verstecke schon nicht schlecht. Jo. Also die besten Verstecke wurden nicht benutzt. Die habe ich gerade alle abgesucht, bis auf eines. Ich weiß noch nicht mehr, warum man sich hier verstecken kann. Papi läuft immer noch rum. Ja. Ich habe immer noch das Ultimate Master versteckt. Wenn du rumläufst, ist es immer schlimm, weil... Ich habe Glück, dass ich euch bis jetzt noch nicht getroffen habe. Aber glitschen, ne, glitschen ist nicht erlaubt. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Ein bisschen taunten wäre auch mal nicht schlecht, ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, Laser, du bist voll blind, ne? Kann sein. Ja. Ich gucke dir gerade so. Mein Arzt hat mir... Hat mir bescheinigt, dass... Oh. Du kriegst mich! Niemals! Erst nachladen. Ja! Oh, Papi! Nein! Ja, komm, ernsthaft. Das war ja mal so schlecht. Ich will dieses Ding noch rumwerfen. So. Jungs, ab einer Minute ist Tornpflicht, ne? Euer Ernst? Ich bin die ganze Zeit am Torn. Gut, gut. Dann müsste ich dich ja bald mitkriegen. Torni ist die ganze Zeit, aber ich meine... Hatt ich hier nicht auch Sachen verzaubern wie bei TTT? Verzaubern? Äh. Dann würden wir ja alle denken, du wärst doch ein Prop. Genau. Sehr unfair. Und Bitch! Ich hab die ganze Zeit dein... Ich glaube, ich muss kurz... Das glaube ich jetzt nicht, was der Chip gemacht hat. Ah, ist der Beardoo. Das ist echt das dreckigste Versteck, Alter. Also in drei Verstecken, die drei Besten, die ich kenne, da ist keiner. Ja, wenn... Dann ist es noch dreckiger. Siehst du, wenn das Licht angeht oder so? Ich hab das Master Versteck, okay? Also... Wahrscheinlich ist er in irgendeinem Auto, wie gesagt. Ich wüsste bloß nicht in welchem. Jetzt taunt du doch mal! Bin ich... Ich bin enttaunt. Er tauntet immer wieder. Ich glaube, er ist irgendwo um B herum. Äh... B? Der ganze ist ja... Das ist ja... Ja, relativ. Übrigens höre ich diese komischen Taunt-Lieder gar nicht. Mal gerade... Ich schaue zwar noch in A rum, aber... I am the one with A, um sie hat er gerade gemacht. Ah, dann hat er wahrscheinlich jetzt gewonnen. Ah! Ja, komm, ich hab nix gehört. So, wo warst du? Hallo, ne Dose kann ja jeder machen. Wo warst du? Ja, das sag ich euch doch nicht. Ja gut, stimmt. Das verrät man halt echt nicht, ne? Jungs, komm mit! Jungs, komm mit! Das ist das Master Versteck. Wer ein fairer Gewinner ist, der kommt mit. Oh Mann, hast du mich jetzt ausgeglitscht? Nee, du hast mich... Du hast mich eingeglitscht, hast du. Ja? Alter, ich bin so Pro. So, Leute, kommt. Das war hier Taktik. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Mach mal selber hier, ooga ooga. Ja, wir haben nicht lange Zeit, um die guten Verstecke zu kriegen. Ja, noch 80. Ah, jetzt können. Wie viele Sekunden noch? Oh. Fünf, vier, zwei... Du bist ein bisschen zu groß für das Versteck, wo ich hingehe. Okay, let's go. Ogo min Ogo. Miku, findest du mal das Superversteck von Blacklaser? Äh, ja, was mit dem? So wie ich das finde? Ich hab immer noch das einzig wahre Superversteck. Also, bisher wurde ich da nie gefunden. Einzig wahre Warsteiner? Einzig wahre Warsteiner. Ja, dein Mann. Das gefällt mir, dass einer von euch schon eine Granate verschwendet hat. So ist gut. Ach, man hat viele davon. Das ist eine. Nee, nur eine pro Runde. Ach, ja, gut, dass ich das jetzt weiß. Ja, hättest ja nachzählen können. Kann man bestimmt irgendwo ablesen. Nee. Nee, die steht nirgendwo an. Und nur ums nochmal zu sagen, Autos sind für Pussys. Es hat grad einfach so ne Dose auf mich zubemägt, what the fuck. In Autos ist für Pussys, okay? Fuck, ich bin geglitscht hier hinten. Nee, passt. Aber außerhalb von Autos geht. Weißt du was ne Pussy ist? Du bist ne Pussy. Hast du grad gesehen, wie ich dem einen so schön ausgewichen bin? Das war Hammer. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Ja. Oh mein Gott. So. Ich hab meinen Versteck eingenommen. Ist schon jemand tot? So. Peppi, ziehst du aus ne? Weil wir werden ganz getaunt sind. Wir sind einfach... Ich war nie in deinem Team Peppi, weißt du? Ja. Also wir sind einfach zu pro, ne? Ihr seid grad zweimal an mir vorbeigelaufen. Ja. An mir ist auch einer vorbeigelaufen. Aber ich hab mich gut bewegt. So ne halben Meter oder so. Und dann war ich wieder außer Sicht. Taunt ein F2 oder F3? Alter, wie geht's? Ah, fang geil, wa? Leck mich am Arsch, Herr Ernst. Ach, wisst ihr irgendwas? Das Problem ist, ich kann es nicht finden, weil ich den Taunt nicht höre. Alter. Das ist eines der besten Verstecker auf der Map, glaub's mir. Ja, ich weiß. Ich hab grad eben getauntet, das war ein langer. Ihr müsst halt... Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, da ist er, da ist er. Scheiße, einer hab ich gesehen. Ah, verdammt. Ah, Granate. Das ist nicht skilllos. Blecky, wenn das eines der besten Versteck sein soll, kennst du mein Versteck nicht. Es ist eines der besten Verstecker auf der Map. Es gibt genau drei gute. So. Uh, Nico, voll ausgeschissen. Boah, wenn die das nicht checken, dann ist das echt traurig. Geil, ne? Es ist einfach awesome. Es ist wie awesomest. Er kriegt die Henne. Oh, er hat dich bemerkt. Oh, das war knapp, du. Wo ist er? Da ist er. Ich kann mich haben, Mann. Spring! Nein! Ah, verdammt! Scheiße. Siberius, alles liegt an dir. Ja, und du bist ein ziemlich großes Prop an sich. Ja, und an einer ziemlich offensichtlichen Stelle. Ja, ziemlich. Oh ja, das ist natürlich ziemlich nice. Das war richtig dumm. Hast du jetzt auch den langen taunt? Ich hab nicht mal F3 gedrückt, du hast zum Geier. Ach, du hast den langen auch gehabt. Nicos Geist ist zu dir gewandert und deswegen ist der taunt jetzt bei dir. Verpiss dich! Verpiss dich! Sofort! Verpiss dich! Ja, gut, dann taunt willkommen. Nee, Nico, sei fair. Geh zu ihm und bleib der taunt. Oh, nein! Nee, ich verfört Happy. Happy hat sich verdient. Der Ton ist bei Happy stimmt hinter den Teilen da. Happy, du bist die Jukebox. Happy ist die Jukebox. Du hörst doch den Raum halt. Wo ist er denn? Das ist echt nett. Na Peppi? Wie ist es so mit geiler Mucke im Hintergrund? Ja, ja, ja. Wie es doch für dich klingt. Übrigens verlierst du Leben, wenn du einfach so random Props anstattest. Ja. Wo ist denn der? Hier, Bitch! Jetzt habt ihr beide den Hall. Sag mal wieder fair und taunt immer wieder. Ist eine Minute nur noch. Ja? Mein taunt geht auch noch bestimmt eine Minute. Wollte dich doch mal anmerken. Okay. Ogo, ogo, taunt taunt. All military forces have been eliminated. Ernsthaft? Man hört mein taunt echt immer noch, ne? Ja. Ich assi. Der überdeckt einfach alles. Und der überdeckt einfach alles. Loll, der ist einer gestorben. Einer von denen hier. Gääääh! Auf den Link haben wir ihn gefeuert. Oh, und die Gamer verklagt uns. Instant! Oh, er ist gestorben. Oh, wie schlecht. Du sei vorsichtig, dass die... Hunters win? Uh, ihr habt euch alle umgebracht. Warum stand der Hunters win, dann? Genau, warum stand der Hunters win? Ja, das ist ein Fehler im Skript, aber. Das ist voll nice. Ihr habt euch alle umgebracht. Also haben die Props gewonnen. Bei mir stimmt halt echt nichts. Weißt du, wir waren einfach so pro, ne? Soll ich ihn ins Wasser verstecken? Hä? Du merkst doch, wenn das so ein Prop ist. Ey, Peppy, hast du mich eigentlich gesehen gehabt, oder bin ich dann blöderweise weggesprochen? Ich hab nur gedacht, ne Dose da oben? Hä? Okay, okay. War schon geil, ne? Es war so offensichtlich, dass es schon fast wieder geil war. Übrigens ist niemand an mir vorbeigelaufen. So, Jungs, Team Exercise. Ich geh, äh, A, einer geht B und einer geht spawnen. Ich geh spawnen. Okay, ich geh A. Äh, ne, das ist B. Ne, ich geh A, du gehst B. Aber ich will in A gehen. Mama. Wieso starte ich jetzt mit wenig Leben? Keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwas falsch gemacht. Irgendwo da hinten ist die Bitch. Hm. Okay, soweit. Hey, sie ist doch nicht da. Noch hab ich noch keinen gesehen. Habt ihr schon irgendwas gehört, oder gesehen? Gehört, ja. Ich seh was. Was du nicht siehst, und das ist blau. Oh. What you gonna do, what you gonna do when we come here. Hey. Oh nein, das ist doch nicht. Oh, da steckt dieser. Oh, wie kommt man denn da rein? Oh, wie kommt man denn da rein? Wir sind im Auto. Nope. Ist in etwa. Ist in etwa. Das kannst du malen. Da. Wie zum Geier kommt der da rein? Granatenteuer. What a dick. Oh, ist das gemein. Du hast Stunts auf dem Auto gechillt. Schwach. Hast du nicht mehr der Granate erwischt im Auto? Hier drin steckt die Sau. Oh. das behinderte ist man kommt nicht ran mit den als ich von hunter war plötzlich so eine milch auf so einen haufen gebackt und ich dachte ich habe kein sound zu leise gestellt nicht gehört ist nur noch ein einziger da das natürlich aber es sind halt nur noch zwei minuten okay das war nicht hier das heißt dass es irgendwo in richtung kreis den schönen einer kommt von sporn auf jeden fall hat noch 35 prozent ich drauf gekommen richtig geile idee auf jeden fall versuche zum schießen hat man dort mal kommt darauf an die kugeln bevor er es gegen die spieler da kam ich weiß wo er ist aber ich sie ihn einfach nicht ist hier irgendwo hier die anderen haben wir noch total ich werde jetzt einfach mal nicht torten okay das ist fair oder er hat nicht gefunden ab einer minute darfst du mal wieder ein bisschen torten aber ja wenn du jetzt eine kleine pause macht kein problem ja weil es gerade ja ihr müsst ihr müsst schon irgendwo sitzen wo man einen wirklich mit den schusswaffen auch treffen kann ja ich würde doch nicht schieben daryo daryo jetzt warst du an derselben stelle wie vorrunde davor ja ich bin ich übrigens so wann taucht ist du endlich mal wieder dario was los da sind wir noch an derselben stelle oh nein das ist jetzt nicht passiert oder habt ihr echt die fressen nicht beobachtet oh jungs das ist schwach von euch aber der hat sich bewegt das fass hat sich bewegt bei mir ja weil ich mich bewegt habe natürlich ist es war richtig knapp bevor die gekommen sind weil ich muss das fass ja noch weg rollen das andere ja man da waren schon unterwegs ich habe nur noch fünf punkte ich habe ihn gekriegt mit meinem letzten schuss ich bin tot aber ich weiß dass du hast gar nicht auf mich geschossen auf das andere